Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hubris. Ich habe die Quests alle wieder auf den Stand gebracht, wie sie vorher waren, also bei Botania. Witchery? Genau. Bei Witchery habe ich das Zeug schon weggeschmissen, bei Botania noch nicht. Das habe ich hier alles in die Kiste gepackt, das schmeiße ich dann noch weg. Und ich war noch im Nether, um Gastiers zu besorgen, weil wir heute den Enchanted Broom machen. Dafür brauchen wir ein bisschen hier Flying Ointment, dafür brauchen wir eine Redstone Soup. Und das Zeug habe ich alles schon mal vorbereitet. Das war, oh Gott, Inventar aufräumen. Warte mal, die Gastiers, die können wir hier mit rein machen erstmal. Das brauchen wir hier bestimmt auch mal. Die Dinger kann ich mal aufmachen. Tü-tün. Mhm. Gold. Das packe ich mal unten rein. Pfiou. So, ähm, hier. Blaze, das kann hier rein, das, das. Ähm. Thumbcraft, das und das. Die kommen ja auch rein. Enderperlen und wieder solche Minzen. Ähm. Enderperle. Das Zeug. Ähm. Eier. Eier. Oh, hier ist schon alles voll. Ist egal, hier rein erstmal. Das behalte ich, das kann hier rein. So, dann habe ich noch ein paar Hühner, also mit Eiern rumgeschmissen und ein paar Hühner gezüchtet. Die, ähm, brauchen wir für, ähm, den Zauberspruch, den hier. Drei haben wir schon getötet und wir brauchen zehn. Also, drei, vier, fünf, sechs, zwei, muss man erzüchten. Habe ich hier noch, nee, hier Seeds drinne. Ähm. Ein hier. Und ich habe übrigens oben, ähm, die sind schon, guck, 3, 3, 3. Hier haben wir 2, 2, 2. Ja, die noch nicht. Die werden bestimmt, aber das mache ich alles offscreen immer. So, habe ich hier noch Seeds drinne. Kann man die auch verfüttern? Ich guck mal. Wäre cool, wenn es geht. Ja, ist das dein Ernst? Könnt ihr trotzdem? Ja, okay, perfekt. So. Ähm, nicht ablenken lassen. Ich wollte die Redstone zu machen. So, also. Drop of Luck. Mandrake, Nether. Das, ähm, das habe ich schon gemacht. Mandrake. Eine Nether Ward. Ähm, Tear of Goddess. So. Das ist leer. Habe ich hier irgendwo einen Eimer? Bestimmt nicht. Super. Hier habe ich bestimmt auch keine mehr drinne. Nope. Dann gehen wir mal gucken. Ähm, hier oben? Nee. Hier. So. Oh, wir sind so unglaublich schnell. Ey, das gibt's doch nicht. Eins. Zwei. Drei. Und die Reihenfolge war... Mandrake, Nether, Drop, Mutternis. Okay. Also. Mandrake, Nether, Drop. Das hier und das hier. Und ich hoffe, es funktioniert. Wir haben doch genug Power, oder? Ja, locker. Warum geht das nicht? Ähm. Was mache ich falsch? Muss ich da noch, ähm... So einen reinmachen? Nee, das hätte ja keinen Sinn. Gut, ja doch. Ich gucke nochmal nach. Hier waren meine Bücher. Biomes, bla. Sind das andere? Verstehe ich nicht. Ähm, Brews and Infusion. Finds, webs, thorns, ink. Spirit-wasting-bats. Hier, Redstone-soup. Okay. Verstehe ich nicht. Hier steht ja was anderes drinne. Nee, Drop of Luck. Genau. Und die machen wir wie? Steht das hier auch drinne? Hm. Brews, Drop, Bodega, Redstone, Mystic. Brew of Flowing. Wieso geht das nicht? Drop of Luck. Mandrake, Nether. Tear, Refine. Mutandas. Drop of Luck. Gibt es da noch ein anderes Buch? Hier ist auch Brews. Hier, Drop of Luck. Battled Luck, Rare, Hard to Make. Ja, toll. 0,50. 100. 3.000. 1.800. 5.000. Ehrlich jetzt? Wie sollen wir denn ein 5.000... Ich weiß gar nicht, wie ich den so hoch powern soll. Verdammt. Warte mal, was sagt denn das Questbuch? General, ja. Genau. Also. Mit den beiden können wir noch powern. Glaube ich. Pentacle. Und dafür brauchen wir... Warte mal. Ne, das wollte ich nicht. Hm. Pentacle. Nugget. Und die Dinger. Okay, dann gucken wir mal, wie viel haben wir denn davon. Wir kriegen bestimmt nicht viel hin. Aber ich habe gesehen, dass der eine Kobold... Ähm. Hobgoblin. Ich glaube, Wolle tauscht. Wo habe ich das jetzt reingepackt? Hier. Das und Goldnuggets, glaube ich. Aber 11. 11 haben wir. Also haben wir genau für 1. Aber vielleicht schaltet der dann mehr frei zum... ...traden. Können wir gleich mal gucken. Oh, das war der falsche Zauberspruch. Der da. Ups. Und dann segeln wir mal hier runter. Hallo. Hier, du. 9, 5. 9, 5. Dankeschön. Du schaltest nicht mehr frei. Okay. Du willst das für eine Diamond Toe. Okay, du bist ganz schön unnötig. Koboldit. Koboldit. 18 Wolle. Wolle. Hm. Okay. Also müssen wir uns wirklich erst dran setzen, den auf 5000 zu powern. Ach. Okay. Ähm. Wolle. Habe ich hier Wolle? Nee. Zwei Wolle. Die gehen nicht. Nee, das hätte ich gerne wieder. Dankeschön. Könntet ihr mal bitte Gras fressen? Okay, dann müssen wir da noch warten. Gut, dann eben nicht. Ähm. Arcane. Fling. Sechs. Also noch vier. Einer. Ups, Entschuldigung. Vier. Du zählst. Ich glaube, zählen nur Erwachsene. Also eins. Nee. Könntet ihr euch mal bitte trennen? Danke. Zwei. Drei. Gut, dann müssen wir da noch warten. Nee. Falsches Buch. Ähm. Hier, Growth. Ach genau, Bone Meal. Ähm. Zwei Knochen. Hm. Fünfzehn. Also noch vierzehn. Da habe ich nichts drin. Ähm. Also bei Botania hätten wir noch Bone Meal. Aber das dürfen wir nicht benutzen. Verdammt. Okay. Dann gucken wir mal. Winter Guardian. Na, ich glaube nicht. Noch nicht. Getting Information. Magitek Gorgels. Geh noch nicht. Ähm. Nether Bricks. Shimmerite. Okay. Vier und acht. Hm. Nether Bricks. Brauch. Wir brauchen. Sind doch vier, oder? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal. Und Shimmerite. Ähm. Die hier auch vier. So. Ne. Okay. Eins, zwei, drei. Danke. Hier. Lo, 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 lo. Eins, zwei, drei, vier. So. Achso. Es ist nur Detection. Okay. Und das hier. Zwei noch. Gut, dann haben wir das auch gleich. Mana Storage. Vielleicht funktionierst du ja jetzt. Spellbook. Beam. Kennst du das an? Ja, das geht jetzt. Wunderbar. Ähm. Wo ist denn eigentlich? Steht gar nicht mehr hier. Wo habe ich den hingepackt? Hier den. Ach, das können wir auch machen jetzt. Hier unseren. Unseren. Wie heißt es? Früher hieß es Light Nexus. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt heißt. Ähm. Ne, hier habe ich das Zeug reingemacht. Den, den will ich aber hier instellen. Wir bauen einfach neun, weil die sind gar nicht so schwer, glaube ich. Äh. Ich glaube nur Stein. Haben wir keinen Stein mehr? Nö, anscheinend nicht. So, das kommt hier rein. Was ist das? Wolle. So, und nee, du? Acht. Perfekt. Was kriegen wir? Zombies. Okay. Ähm. Was ist das? Breaking? Breaking apart. A cane. Deconstructor. Gut. Ähm. Die Zombie. Ah ja, packen wir mal hier rein. Das auch und das. So. Deconstructor. Arcane. Hier. Witchwood. Oh Gott, was ist das? Okay. Das geht, glaube ich. Pure Essence. Pure Essence. Item Focus. Okay. Das bedeutet, wir müssen erst hier den Essence Refiner machen. Ähm. Essenze. Den hier. Hm. Obsidian. Holes. Arcane Ash war. Arcane Ash haben wir, glaube ich, noch. Nö, natürlich nicht. Warum auch? Nö, falsch. So, nochmal gucken. Ähm. Redstone, Netherrack, Glowstone. Und Netherrack habe ich jetzt nicht mehr? Doch, Gott sei Dank. Äh. Glowstone. Redstone. Bisschen Stein. Fast. So, 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 so. Ne, mach mal zwei. Ne, vielleicht brauchen wir den anderen, das andere Zeug noch. So. Hm. Durchbrennen. Coaching. Und Obsidian. Und Holz. Obsidian haben wir nicht mehr, glaube ich. Hier nicht. Ne. Ähm. Dann bräuchten wir wieder eine Spitzhacke. Eine Diamant-Spitzhacke. Also, viele Diamanten haben wir nicht. Muss ich da nochmal gucken. Steady Repairs. Arcane Reconstructor. Arcane. Ne, fast. Cain. Was mache ich denn hier? Arr. Ich sehe es nicht. Doch, hier. Das geht. Okay. Obsidian. Also, drei schon mal. Ähm. Jetzt zwei. Holz. Habe ich kein Holz mehr? Und Sticks. So. Dann eine Picke. Und dann gehen wir mal schnell. Ob sie Obsidian holen. Beziehungsweise mache ich das offscreen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Und dann gehen wir mal. Vielen Dank.